My baby don't mess around because she loves me so and this I know for sure Heya, 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 heya Der Song Heya ist im Original von Outkast und ist eigentlich eine ganz andere Stilistik. Aber es gibt einige Cover-Versionen und die Version, die ich jetzt gespielt habe, ist auch an diese Cover-Versionen angelehnt, diese Akustik-Versionen, finde ich total schön. Wir haben das damals mit unserer Band öfter gespielt, bei Hochzeiten so, ja, wenn es irgendwie ruhiger sein sollte. Den Rhythmus, den ich da verwende, das ist der sogenannte, oder ich nenne ihn den rollenden Zugrhythmus. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, das ich unten in der Videobeschreibung verlinke. Wir haben eine Akkordfolge, die die ganze Zeit durchgeht, das ist total cool. Und zwar ist das hier diese C-F-F-G-A-Moll-A-Moll. Und hier steht in E-Dur, ich spiele das Ganze nämlich mit Kapo im vierten Bund, wir spielen C, es klingt E-Dur. Gut, ich mache das Ganze mal vor. Normalerweise im Originallied ist das hinten kein Moll-Akkord, sondern ein Dur-Akkord, ich finde es aber mit einem Moll-Akkord schöner. Also, wir haben den C-Akkord und ich zeige jetzt erstmal den Rhythmus. Ich spiele auf die 1 den Bass und das hier leicht abgedämpft, 1, dann auf die 2 mache ich so einen betonten Schlag. Auch leicht abgedämpft, also ich schlage den ganzen Akkord durch, es ist aber abgedämpft. Und dann macht es halt, ja, hat es so eine schöne Betonung. Und dann mache ich diesen betonten Schlag auch auf die 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist mal das Grundprinzip. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und so weiter. Und jetzt kann man das aber mit Achtelnoten auffüllen, dass das so ein bisschen mehr Groove kriegt, weil das klingt eher Reggae-mäßig und ich will eben dieses Gefühl, der rollende Zug, das will ich haben. Und dann fülle ich quasi hier mit Achtelnoten auf und dann klingt das so. Die Aufschläge quasi. Klingt total cool. 1, 2 und 3 und 4 und dann mit F. Ich greife übrigens das F hier mit dem Daumen über. Wenn das bei dir nicht geht, kein Problem, greife auch das normale F. Ich finde das so angenehmer für die Hand. Die hohe E-Seite spiele ich dann quasi in dem Fall jetzt nicht mit. Die gefällt mir da sowieso nicht so gut. So, und dann haben wir noch eine Besonderheit. Und zwar haben wir einen 2-Vierteltakt drin. Auf dem G-Akkord. Das sind lauter 4-Vierteltakte. Und dann kommt da der 2-Vierteltakt. Ich mache das mal. 10, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und dann spiele ich auch noch 2-mal den G-Akkord. Dum, dum, dum. A-Mol wieder nochmal. C, taka, 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 f, taka, 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 f, taka, 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 taka. 2-Mol, G und A-Mol. Das ist grundsätzlich mal alles. Und man kann das Ganze jetzt ein bisschen aufwerten, indem man das mit Hammer-Ons verziert. Ich habe auch dazu schon mal ein Video gemacht, das ich verlinken werde. Das habe ich mir gerade nicht auf meinen Notiztetel geschrieben. Fällt mir gerade ein. Das wertet solche Akkordfolgen total auf. Ich mache das ganz gerne auf die 1-Und. Klingt total cool. Beim C nehme ich den Mittelfinger weg und mache dann auf die 1-Unden Hammer-On. Beim F auch. Und wenn man das F dann so greift mit dem Daumen hier, dann ist es ein F-Sus-2. Also es klingt die leere G-Seite. Und dann ein Hammer-On. Das würde ich jetzt beim normalen F nicht machen, weil dann klingt es zu blusig. Der würde jetzt da nicht passen. Beim G mache ich nichts. Und dann hinten beim A-Mol kann man das entweder mit dem ganzen Akkord machen. Oder auch nur mit dem Mittelfinger. Man kann es auch mit dem Ringfinger oder dem Zeigefinger machen. Muss man ausprobieren.